Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute Nacht kämpfte Anderson Silva und auch Korean Zombie vs. Dane Eagle. Dementsprechend gibt es jetzt das Review. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder alternativ ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir beginnen bei der UFC Fight Night, bevor wir später nochmal zu Anderson Silva kommen. Dort hatten wir im Main Event The Korean Zombie vs. Dane Eagle. Ich persönlich war sehr überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, okay, Korean Zombie, der möchte ja keinen 5-Runden-Fight. Er macht seit 10 Jahren nur 5-Runden-Fights. Also sein letzter Non-Main-Event-Fight ist glaube ich jetzt 11 Jahre her. Und er hat diesmal darum gebeten, das Co-Main-Event zu machen. Mich persönlich hat überrascht, wie stark Korean Zombie in diesen Fight kam. Ich habe Dane Eagle als insgesamt frischeren und besseren Kämpfer gesehen. Das heißt, ich persönlich hatte eigentlich gedacht, okay, Dane Eagle, der wird Korean Zombie im Stand vielleicht nicht unbedingt Probleme bereiten können. Aber er wird frischer sein, er wird agiler sein und natürlich auch besser auf dem Boden. Der Kampf hat aber im Endeffekt gezeigt, dass es dem so gar nicht war. Dane Eagle konnte ab und an Korean Zombie Probleme bereiten. Die erste Runde, die ging eindeutig an Dane Eagle, aber danach hatte Korean Zombie das Ganze unter Kontrolle. Und wenn Korean Zombie unter Beschuss kam oder Probleme bereitet bekam, dann ging er auf den Boden. Und mich hat es überrascht, dass Dane Eagle diesen Kampf nicht auf dem Boden dominieren konnte. Dane Eagle, 5 Siege schon durchs Ermischen. Das heißt, er hat es drauf, er ist ein guter Brazilian Jiu-Jitsu Artist, er ist gut im Wrestling und ich habe ihn allgemein weiter vorne gesehen als Korean Zombie. Wie gesagt, das war vor dem Kampf. Im Kampf war ich persönlich sehr überrascht davon, wie stark Korean Zombie da reinging und es hat mich auch sehr gefreut. Einfach weil Korean Zombie einmal mehr gezeigt hat, dass er ein Elite-Fighter ist. Er ist ein Elite-Fighter, kann immer noch ganz oben mitspielen, verdient immer noch einen Top-5-Spot. Er ist jetzt die Nummer 4, vielleicht bucht man ihn gegen Max Holloway. Das wäre eigentlich ein sehr spannender Fight. Korean Zombie gegen Max Holloway oder Korean Zombie gegen Jair Rodriguez, weil Holloway sich ja verletzt hat. Jair Rodriguez, der ist fit, aber Korean Zombie, der braucht wahrscheinlich auch erstmal eine Pause, bis er wieder kämpft. Der hatte sich ja seine Schulter verletzt. Ich glaube, in der zweiten Runde beim Takedown von Dan Ige hat die Schulter von Korean Zombie sich verabschieden wollen. Ist, glaube ich, ausgekugelt. Sie hat auf jeden Fall gepoppt und ich meine, sie ist ausgekugelt und er hat drei Runden weitergemacht. Jetzt wisst ihr auch, wo der Spitzname The Korean Zombie herkommt. Dann hatten wir ebenfalls einen Boxkampf. Einen Boxkampf zwischen Anderson Silva und Julio Cesar Chavez Jr. Ein ehemaliger Boxprofi oder wahrscheinlich immer noch ein aktueller Profi, aber er war auch mal Weltmeister. Also Julio Cesar war Weltmeister. Anderson Silva ging jetzt ins Boxen. Ein Schritt, den er schon ewig machen wollte. Seit Jahren gibt er Interviews und sagt, Dana, ich will boxen, ich will boxen. Jetzt ist er raus aus der UFC. Jetzt ist er Boxer geworden und er sah gut aus. Ich persönlich habe das im Vorfeld ein bisschen kritisiert. Ich habe kritisiert, dass Anderson Silva mit seinen 46 Jahren nochmal in den Ring steigt, aber er hat einen Profiboxer, einen ehemaligen Weltmeister, nass gemacht. Anderson Silva sah in diesem Boxkampf gut aus. Und klar gab es dann wieder seine Spielchen und sein komm doch ran und so weiter, aber mal abseits davon war er ein wirklich guter Boxer. Ich war überrascht. Jetzt geht die Freakshow übrigens sehr wahrscheinlich weiter. Denn jetzt gibt es wahrscheinlich Anderson Silva gegen Roy Jones Jr. Jake Paul will Anderson Silva auf der Main Card oder als Co-Main-Event quasi von Jake Paul vs. Tyron Woodley. Ich weiß ja nicht. Also Jake Paul vs. Tyron Woodley und dann heißt er nebenbei noch Anderson Silva gegen Roy Jones Jr. Ich weiß ja nicht so recht. Wie dem auch sei, Canelo war begeistert. Canelo hat sich sehr gefreut für Anderson Silva. Beide haben jetzt also schon einen Sieg gegen Julio Cesar Chavez Jr. Canelo hatte auch mal gegen ihn gekämpft, aber schon Jahre her. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Was haltet ihr davon? Korean Zombie? Soll der gegen Max Holloway kämpfen? Rematch gegen Jair Rodriguez? Anderson Silva, soll der weitermachen oder sollte der aufhören? Aufhören, schreibt mir eure Meinung mal unten rein. Folgt Wheel of MMA bei Instagram und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Also raar, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020